Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich bin heute mal am Weg. Mal schauen, was für ein Feld wir uns leisten können. Ich fahre jetzt mal runter. Schauen wir mal die Fahre. Eins für die kleineren Felder. Ich glaube, ich schaue mir mal das Feld Nummer 6 an oder das Feld Nummer 5. Dass ich dann noch eins habe, was ich dann bestellen kann, weil ja, das eine Feld ist doch dann zu wenig. Es ist zwar viel Arbeit, ich habe mir jetzt eine größere Sähmaschine auch schon zugelegt. Lass jetzt gerade einen Helfer arbeiten. Die Hatscha 250 hat die 600 Liter Ladekapazität. Oh, mir geht der Sport auch langsam aus. Dann sieht man eigentlich, wie fleißig hier am Weg fängt mit dem Traktor. Ich fahre jetzt mal hier zu den Feldern. Bisschen Geldhammer durch die Missionen. Das kostet 29. Ja, dann kaufe ich das. Mal schauen, was das Einser kostet. Jetzt habe ich noch 90. Wenn ich noch ein paar Missionen mache, dann kommt schon noch Geld rein. Das kostet 34. Ist ein bisschen größer. Ja, oder wie immer. Jetzt soll ich aber kein Feld mehr kaufen. Ich muss noch eine dünne Steuer kaufen. Hier vorne komme ich zum Händler rauf. Weil es eine Feld, was eingeseht wird, muss ich natürlich auch dünnen. So, jetzt fahren wir mal rauf. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass die Bäume so komisch aussahen. Ich gebe dir nicht zu Bank. Bin ich falsch? Ah ja genau, ich muss da reingehen. Ja, da sieht man es. So. Ich brauche einen dünnen Streuer. Der kostet 14.000 noch was. 3.000 Liter hat der. Schauen wir mal rein bei den Mods. Der ist ein bisschen kleiner. 300 Liter. Aber hier steht nicht wie groß. Das kostet weniger. Der ist ein bisschen kleiner. Ich werde jetzt mal den. Ich nehme mal erst mal den. Als ich den großen. Weiß ich nicht, ob ich jetzt will ich falsch rausgekommen. Na egal. Da gehen wir halt jetzt hier außen rum. da steht schon das dünne Streuer passt eh gut hier zum Bührer so dann muss ich im Hof ja noch tanken fahren der Schritt geht da hin kann man es verdanken das Geld wird auch weniger normal müsste finde ich die Hoftankstelle kostenlos sein da müsste man halt zahlen wenn der halt nur noch vielleicht 100 Liter drin hätte zum auffüllen so das kostet auch Geld so Vitamin nachschub Äpfelkisten Zeitlimit Ja das machen wir Ah jetzt bin ich gerade drüber gehüpft Wie schön Da ist er 3 Minuten Zeit für die Aktion Hoffentlich vergeig ich sie nicht Das dauert zur Zeit lang bis ich da bin Gleich am ganz anderen Ende Ach je Den muss ich ganz runter Ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, sind wir gleich mal am Ziel. Mit einem weiten Mann. So zu fahren ist ja nicht schlecht, aber davor mit der Gabel, den Lenken. Nein, danke. Das ist nicht mein Ding. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Na, jetzt das gleiche wie letztes Mal. Die Zeit läuft. Mir fällt die Gabel überall, fällt also runter. Toll. Da kann ich's gleich ganz vergessen. Ich bin ja kein Profi. Aber ich geb noch nicht auf. So, also die Vitamine versuche ich ans Ziel zu bringen. Diesmal werde ich aber nicht ganz den richtigen Weg nehmen. Ich fahre mal in Werfeld ein. Vielleicht schaffe ich's ja die Mission noch. Sonst würde ich's ja nicht schaffen. Wenn jetzt der da den richtigen Weg nehmen würde. Ich seh's schon leuchten. Sonst würde ich ja normal die Wege nehmen. Aber diesmal mache ich das nicht. Dann würde ich den ganzen Auftrag versammeln. Mission fehlgeschlagen wäre dann da die Antwort. Dann habe ich's jetzt geschafft, habe gemogelt. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Nächstes Mal werde ich den richtigen Weg fahren und nicht mehr fällt ein. Hiermit sage ich Servus, grüßt euch, euer Franz.